Sie hören Melinda Mallet, Whisky mit Mord. Gelesen von Katrin Hess. Erschienen bei Aufbau Audio im Aufbau Verlag. Sagst du mir jetzt endlich, warum du da hockst und aus der Wäsche schaust, als hätte dich die Katze an einem schlimmen Tag von draußen reingezerrt, oder sollte ich noch eine Flasche Wein bestellen und anfangen zu raten? Patrick Cook mochte mein ältester und engster Freund sein, aber diese Bemerkung quittierte ich ihm unter dem Tisch mit einem Tritt vors Schienbein. Er verzog das Gesicht und die goldenen Pünktchen in seinen braunen Augen blitzten auf. Trotzdem musterte er mich weiter mit kritischem Blick. Die Fakten geben mir recht, Abby, sagte er. Hast du in letzter Zeit mal in den Spiegel geschaut? Nur wenn es sich nicht vermeiden ließ, gab ich zu, kippte den Rest meines Weins hinunter und streckte ihm das Glas entgegen, damit er nachschenkte. Ich sah wahrscheinlich wirklich wie eine lebendige Leiche aus. Ich konnte mich nicht erinnern, wann ich zuletzt einen Kamm durch mein Haar gezogen hatte. Und ich machte mir ohnehin nur selten die Mühe, mich zu schminken. Aber ich hatte eine besonders harte Woche hinter mir. Und das will wirklich etwas heißen. Denn als Fotojournalistin robbe ich den größten Teil meines Berufslebens durch den Dreck eines Krisengebietes nach dem anderen. Jetzt hatte ich verdient, dass man mich ein bisschen in Ruhe ließ. Da hatte es heute gerade noch gefehlt, dass mich Patrick mit seinen makellos aufeinander abgestimmten Klamotten und seinem perfekt gegelten Haar abkanzelte. Heute Abend wirkte er noch mehr als sonst fehl am Platz neben all den leicht verlotterten Journalisten und Medienleuten, die in dieser Gegend der Fleet Street in London zu Hause sind. Doch das Grivenous Arms war nun schon seit über zehn Jahren unser regelmäßiger Treff nach der Arbeit. Und ich weigerte mich nur deswegen in die schickeren Bars im West End abzuwandern, weil man Patrick kürzlich zum stellvertretenden Herausgeber des Magazins Wine and Spirits Monthly befördert hatte. Du solltest besser auf dich achten, weißt du, tadelte mich Patrick und zog vorsichtshalber seine Beine aus der Schusslinie. Du bist auch nicht mehr so jung, wie du mal warst. Vierunddreißig ist ja wohl kaum ein biblisches Alter. Und außerdem ist es hier allen egal, wie ich aussehe, besonders wenn ich im Einsatz bin. Du meinst, es ist dir egal. Aber du kommst nicht mehr unerkannt unter dem Radar durch. Die Leute wissen, wer du bist. Zumindest in unserer Branche kennt jeder den Namen Abigail Logan. Du hast mehr Preise gewonnen, als sonst wer, von dem ich wüsste. Patrick hob eine Hand, ehe ich ihn unterbrechen konnte. Und du hast sie alle verdient. Deine Bilder sind großartig. Ich reagierte gereizt. Ich will nicht berühmt sein, beharrte ich. Ich stand nun mal nicht gerne im Rampenlicht. Das war Patricks Sache. Als wir uns damals auf der Universität kennenlernten, war ich zufrieden, mich im Forschungslabor der Psychologieabteilung zu vergraben und zu untersuchen, wie das Gehirn funktioniert. Ein Experiment über die Auswirkungen von Schlafentzug brachte dann Patrick in mein Leben. Er kam als Versuchskaninchen. Und ist eigentlich nie wieder gegangen. Wir waren ein unwahrscheinliches Duo. Ich war Einzelgängerin und Patrick war nie allein. Aber irgendwie haben wir einander ergänzt. Und es ging uns beiden besser, wenn wir in der Gesellschaft des Anderen waren. Patrick ermutigte mich in meiner Liebe zur Fotografie. Mit der Zeit faszinierte es mich immer mehr, wenn sich die Psyche auf dem menschlichen Gesicht widerspiegelt. Schließlich begann ich, Fotos als eingefrorene Momentaufnahmen der Gedanken in den Köpfen der Menschen zu begreifen. Wie besessen studierte ich Gesichter. Und es stellte sich heraus, dass ich ein großes Talent für Porträtaufnahmen besaß. Ehe ich's mich versah, zerrte mich Patrick zu einem Vorstellungsgespräch für einen Sommerferienjob bei The London Gazette. Zwölf Jahre später war ich immer noch dort. Bandte in allen finsteren Winkeln der Welt echte Menschen in echten Krisenaugenblicken auf meine Fotos. Ich seufzte tief. Ich wollte immer nur ein bisschen die Welt verändern. Du hast die Welt verändert, argumentierte Patrick. Ich bin derjenige von uns beiden, der sich seinen Lebensunterhalt mit Weinkritiken verdient. Warum stellst du plötzlich dein Licht unter den Scheffel? Das Nachrichtengeschäft wandelt sich, jammerte ich. Ich habe mich heute Nachmittag mit meinem Redakteur getroffen, um die Fotos durchzugehen, die ich letzte Woche in Sierra Leone gemacht habe. Herzzerreißende Bilder. Wenn er die brächte, könnte niemand mehr ignorieren, was das ist.